Und dann kommt noch die zweite Nachricht von ihm. Fünf Sekunden. Übrigens, ne, du hast da hier, da hinten links, ne Kiste übersehen, ne? So, gucken wir mal direkt links. Ne, lieber Zaflis, ich hab keine Kiste übersehen, du Hurensohle. Der liebe Pat hat mir jetzt auch ne Nachricht geschickt. Oh mein Gott, die will ich natürlich auch nicht, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So, Handy erstmal entsperren. So, Pat. Alex, du hast da den Witz da links übersehen. Oh, was ist da los? Crafting Pat disst Alex aka Zaflis in Whatsapp. Was ist da los, meine lieben Freunde? Also, das geht Beef, Alter. Erstmal hier YouTube News mit MrTrashpack direkt. Oh mein Gott. Krasse Scheiße. Yo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games. Ja, auf dem GOMMD-Server, auf der Map Survival Games 4, meine lieben Freunde. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Wirklich. Ich wollte eigentlich ein bisschen Abwechslung reinbringen und, ähm, äh, auf Hive spielen. Aber wahrscheinlich, äh, hatte ich nach zwei Runden einfach mal keine Lust mehr auf Hive, weil der Server einfach so scheiße ist. Oh mein Gott. Zwei Dier-Axe. Oh mein Gott. Die Runde läuft, meine lieben Freunde. Die Runde, sie läuft. So, Alter. Hive ist einfach unnormal, ne? Ich kann, ich frage mich, warum habe ich 100 Euro für diesen Scheiß-Server damals bezahlt für Lifetime-Premium. Ohne Witz. Mh. So. Geschichte. Ich spiele. Erste Runde. Hacker. Okay. Passiert. Gibt's auch auf GOMMEL. So, wisst ihr, was ich meine? Ähm. Gibt's auch auf GOMMEL, so. Ähm. Das gibt's auf jedem Server, Hacker, ne? So behinderte Leute, Kinder. Ähm. Ich dachte mir nur so, okay. Klar. Zweiter Versuch. Und, meine lieben Freunde. Wisst ihr, was dieser zweiter Versuch war? Er war ein Fehler, war er. Ein Fehler. Ich sag's euch, man. Ohne Witz. So. Ich spiele. Ich denk mir nichts Böses. Nein. Nichts Böses, denk ich mir. Ich lauf durch die Map. So fröhlicher Pikachu, ne? So durch die Map, obwohl ich meinen Sking grad nicht sehe. Ähm. Wieder Minecraft-Beste. Ähm. Ich denk mir nichts Böses. Ich lauf durch die Map. Auf einmal. Ich, ich, ich war so voll low war ich schon, ne? Ähm. Moment. Demoliert er mal dönen. Er hat das Leben nicht verdient. So. Ähm. Auf jeden Fall. Ich, ich denk mir nichts Böses. Lauf durch die Map. Hab nur noch zwei Herzen. Und, äh. Ihr kennt ja Fallorn bestimmt, wenn ihr ein bisschen auf Hive spielt. Die Map, die ist eigentlich relativ cool. Ähm. Und da, da ist so eine Stelle. So. Da, da ist so eine Stelle. Mit, mit so einem Schiff. Mit so einem Transporter. Und, ähm. Ja, ich natürlich. Ja. Auf dem Transporter. Ein paar Kisten geloodet. Ich hatte kein Essen. Konnte schon fast nicht mehr sprinten. Ich hatte nicht mehr viel, um nicht sprinten zu können. Ähm. Schwimm dann durchs Wasser. Ne? Ich schwimm durchs Wasser. Also so wie hier. Also ich spring vom Schiff rein. Schwimm hier so. Ich seh, da hinten irgendwo war einer. Frozen PvP ist der, Leute. Frozen PvP. Richtiger Lappen. Ich, ich schwimm daher. Ja? Auf einmal. Er schreibt so. LOL. The Beats. Ich so. Was? Ich, ich schreib so was. Also ich schreib so was Fragezeichen, ne? Ich so. Was willst du von mir? Er so. Hex recorded. GG. Und ich schwimm einfach nur durchs Wasser. Ich hab die Runde auch noch. Oder ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme noch hab. Aber, ähm. Ich, ich, ähm. Schwimm einfach nur, ne? Ich schwimm einfach nur. Auf einmal schreibt er so. LOL. Hex recorded. Ich so. Okay. Hab ich gesagt. Ich, ja, das hab ich. Aber, ähm. Was soll man machen, ne? Ich dachte mir nur so, bist du behindert? So, so richtig so. Bist du behindert? Ähm. Aber er so, ne? Hex. Ähm. Und, ja. Das war eine WhatsApp-Nachricht vom Pet und vom lieben Zar Place grad. Äh. Oder nur vom Zar Place. Ähm. Wir haben nämlich so eine WhatsApp-Gruppe mit Crafting Pet und ihm. Und, äh. Ich hab grad geschrieben, dass ich aufnehme. Und hab gesagt, so, falls ihr in der Aufnahme seid. Kein Problem. Einfach. Nur. Oh. Lol. Ich bin mit zwei Hits down. So. Ich lauf weg. Ähm. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und wir haben grad über die Gamescom. Was ich gleich, äh, noch ansprechen wollte. Die Gamescom. Ähm. Aber erstmal noch Zender. Auf jeden Fall schreibt er so, Hacker. Ich dachte mir so, okay. Da kam ein anderer und ich war tot. Und das war's schon. Frozen PvP ist der, glaub ich. Oh, fuck. Jetzt muss ich irgendwie entkommen, man. Was soll ich machen? Er hat einfach viel bessere Rüstung. Er hat gesehen. Er hat mir einen Hit verpasst und ich war schon fast down. Und das ist auch oft kommen wir jetzt mein dritter Versuch, glaub ich schon. Aber irgendwann musst du auch essen. Irgendwann musst du auch essen. Mann. Ohne Witz wie behindert bin ich. Aber ich hab keinen Bock jetzt nochmal das gleich zu erklären. Deswegen geh ich einfach in eine neue Runde. Ähm. Ja, fuck. So, jetzt geh ich einfach da rein. Auf jeden Fall hab ich die Geschichte jetzt Sende erzählt. Frozen PvP ist der, also so ein richtiger Lappen. So, weißt du. Er denkt, so Hive, ich hecke auf Hive. Ich spiel auf Hive. Ich bin gut. Aber nein, bist du nicht. Du bist ein kleiner Lappen. Und, ähm. Ja, da kommen wir zur nächsten Geschichte. Bezugsatz zum zweiten Thema, das ich in diesem Video ansprechen wollte. Äh, das ist die Gamescom. Und ja, wir haben gerade ein bisschen über die Gamescom geschrieben. Und Alex hat auch die Sprachnachricht jetzt gesendet. So, ich spiel mal ab. Bin ich jetzt im Interweb? Hallo. 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 Ah, ich bin wieder lustig, Alter. Hier, komm, na. Mach dein Video da fähig. Und sei glücklich. Ah, ich bin wieder lustig. So, jetzt erstmal Start. Jetzt erstmal Start. Und, äh, dann kommt noch die zweite Nachricht von ihm. Fünf Sekunden. Übrigens, ne. Du hast da hier, deinen Links, ne Kiste übersehen, ne. So, gucken wir mal direkt links. Ne, lieber Zaflis. Ich hab keine Kiste übersehen, du Hurensohle. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä. So, auf Sky Games, Sky Games, spielen wir jetzt, wie ihr gesehen, gesehen haben, sollt. Wo bist du? Da. Jawohl. Gut. Boah, der hatte sogar relativ gute Rüstung. Da bin ich froh, dass wir den gepackt haben. Jo, wahrscheinlich. Puh. Okidoki. So, das war die, äh, das waren die Spanchen von Zaflis. Der, liebe. So, den haben wir runter. Ich meine, hab ich gesagt, das ist riskant? Äh, 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 ja, gut, das hab ich, äh, what the fuck? Ja, bestimmt Hex. Ja, wahrscheinlich Hex. Äh, ich, ich glaube, das war ein Hex. Aber was sollen wir machen? Oh mein Gott! Oh mein Gott. So, ähm, ja. Ich hab links keine Kiste, ja doch, ich hab links, genau wenn ich wieder daran denke, ach, die war aber schon leer, lieber Zaflis. Ähm, gut. Und zwar, ja, zweites Thema, die Gamescom. Werde ich da sein? Natürlich. Mit wem werde ich da sein? Oder beziehungsweise, erst mal, wann werde ich da sein? Ich werde am Freitag, den 15. da sein, auf der lieben Gamescom. Äh, vielleicht sieht man sich ja? Ach, ihr wisst ja gar nicht, wie ich aussehe. Schade, dann sieht man sich also nicht. Ja, ich werde da rumlaufen mit Crafting Pad. Ich werde da rumlaufen mit FIFA. Und ich werde da rumlaufen mit Zaflis. Die haben schon alle Tickets geholt. Außer Pad, der muss sein Ticket, glaub ich, noch holen. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall alle Freitag da sein. Und, ja, ansonsten. Gibt's darüber nicht mehr großartig viel zu sagen. Außer, ich denk mal, das wird auf jeden Fall nicht so sein wie letztes Mal. Letzt, äh, also letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr war das so. Die YouTuber. Der größte war, keine Ahnung. Ich glaub, da hat sich Shuffle noch gar nicht gezeigt. Erst nach der Gamescom hat oder vor der, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so Zeit so, Shuffle zum Beispiel hat sich erst so zu diesem Zeitpunkt gezeigt. Jetzt weiß man ja schon lange, wie er aussieht. Und ich glaub, da war er noch ein bisschen größer als ungespielt sogar. Ähm. Und jetzt, äh, ist einfach mal, also ungespielt war damals auch schon einer der größten. Aber er hatte ein bisschen mehr als 100k Abonnenten, soweit ich mich erinnern kann. Und ich dachte, ich bin jetzt runtergefallen. Soweit ich mich erinnern kann. Ähm. Jawohl. Jawohl, dich packe ich. Dich packe ich. Jawohl. Ja. Wohl. Einfach mal fast full Iron. Geil. Puh. Sauber. Also, ich, ich hab zuversicht in der Runde. Wir haben vielleicht ne Chance. Ähm. Ja. Auf jeden Fall, ähm. Was ich grad sagen wollte, wo war ich grad stehen geblieben? Ja, da hatte er ungespielt, glaub ich, ein bisschen mehr als 100k Abonnenten. Und da konnte man, da waren schon Leute bei denen, die, die waren schon bekannt da. Natürlich, aber, oder. Oh, Pat. Der liebe Crafting. Pat hat mir grad auch. Nein. Oh. 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 Alter. Wir passen, wir passen jetzt auf. Der liebe Pat hat mir jetzt auch ne Nachricht geschickt. Oh mein Gott. Die will ich natürlich auch nicht, die will ich euch natürlich auch nicht voranthalten. Boah. Ich hatte grad so nen Todesmoment. So. Handy erstmal entsperren. So, Pat. Alex, du hast da den Witz da links übersehen. Oh. Was ist da los? Crafting Pat disst. Alex. Aka Aza plays in Whatsapp. Was ist da los? Meine lieben Freunde. Also, das gibt Beef, Alter. Erstmal hier, äh, YouTube News mit Mr. Trashpack direkt. Oh mein Gott. Krasse Scheiße. Puh. Alter Vater. Was ist da los? Ich, ich glaub wir gehen doch nicht zusammen auf die Gamescom. Das ist jetzt so ein krasser Beef. Ich weiß nicht, ob sie sich bis dahin wieder vertragen werden nach so ner krassen Geschichte hier. Ähm. Ja. Ne, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ähm, waren da schon bei den ganzen YouTubern, ähm, ähm, Leute so halt. Also, Fans. Ich war da ja auch. Aber es war so, man konnte noch mit denen reden und so, ne. Ähm. Da war, ich glaub einmal, also an dem Tag als ich da war, da wurde sogar Security benötigt. Aber das waren wirklich nicht viele. Das waren vielleicht, ja, 50, 60 Leute so insgesamt. Über diese ganze, wir waren unter der, unter der Brücke da. Und 50, 60 Leute waren da insgesamt verteilt. Ähm. Auf, äh, be, be, be. Alex hat gekontert. Das spiel ich gleich ab. Ähm. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ähm, ähm, warte. Jetzt, jetzt bin ich voll raus, Alter. Nur weil Alex eine scheiß Spahnnotiz sendet. Ähm, ich war grad bei, ach ja. Ja, da waren halt so, unter der Brücke waren wir da. Und, ähm, ich denk mal, da werden die auch dieses Jahr sein. Also, und ich werde da auch sein auf der Brücke. Oder unter der Brücke, eher gesagt. Ja, unter der Brücke. Ja, ich werd da einfach schlafen, als ich so ein Straßenpenner. Ähm. Ne, auf jeden Fall, ähm, denk ich mal, wird das auch so sein, dass da alle wieder, äh, sein werden. Und, ähm, ja, aber dieses Mal, überleg mal, früher hatte er vielleicht ein bisschen mehr als 100.000 Abonnenten. Soweit ich mich erinnern kann, kann auch sein, dass er ein bisschen mehr hat. Ich weiß es nicht. Aber ich schätze mal, so ein bisschen mehr als 100.000 Abonnenten waren das. Und jetzt hat er einfach mal fast eine Million. Er hat 970 oder so 1000. Ich weiß es nicht ganz genau. Ungefähr. So 917. Könnten schon. Möglich. Sein. Jawohl. Jawohl, den hab ich. Ich dachte erst mal schon aus jetzt. Oh mein Gott. Puh. Alter Vater. Was ist da los mit mir? Ja. Wahrscheinlich. GG. Ähm. So. Ähm. Ja, hier wieder Unterschied zur Half-Community. Ah ja, schreibt GG und gut ist. Ähm. Ja. Dann ist halt der Unterschied. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass er zwar noch in Grenzen, aber jetzt hat er fast eine Million. Ich denke mal, da werden so viele Leute um ihn rumstehen. Und ihn werden einfach so viele kennen. Er wird ja so schon richtig oft so auf der Straße erkannt, wenn ihr ungefilmt oder so guckt von ihm. Und ja, auf die Gamescom, wo dann die ganzen Gamer sind. Und das wird schon ziemlich voll. Und ich glaube, es wird nicht so sein, dass man sich da einfach so mit ihm unterhalten kann, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Ähm. Aber trotzdem. Auf jeden Fall werde ich da mit, wie gesagt, FIFA, Zapplays und Craftingpad rumlaufen. Ähm. Ihr werdet uns aber wahrscheinlich nicht erkennen. Außer ihr kennt FIFA. Außer ihr wisst, wie FIFA aussieht. Und ja. Dann werdet ihr uns erkennen. Aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf die Gamescom fahrt. Und an welchen Tag. Ich fahre, wie gesagt, am Freitag, den 15. Und ja. Ansonsten. Was ist das hier für das Video? Ah. Ich wollte euch ja noch den Konter hier zeigen. Also. Er macht der Witz ist links, meinte Pat. Und da meinte Alex. Ah. Fuck. Ja. Okay. Weil ich hole ihn neben. Haha. Ja. Ich hole ihn neben. Äh. Krasse Sache auf jeden Fall. Und Pat schreibt. Ach ja. Abonniert alle Gronkh auf YouTube bitte. Und PewDiePie. Werden wir machen. Ähm. Das werden wir machen, meine lieben Freunde. Die Kunden halt nicht mehr vergessen. Ja. Ansonsten. Was ist das hier für die Aufnahme? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir haben doch noch eine Runde gewonnen sogar. Und. Ja. Ich bin froh, dass ich gerade so eine gute Aufnahme hierhin bekommen habe. Und ja. Ansonsten. Wie gesagt. Bewertet dieses Video doch mal mit einem Daumen nach oben. Nach oben. Ja. Nach oben. Und. Ähm. Ansonsten. Schreibt in die Kommentare. Wie gesagt. Ob ihr zu Gamescom fahrt. Und wenn nicht. Warum nicht. Oder wenn ja. An welchem Tag. Wie gesagt. Ich hab da schon alles gesagt. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich über sehr viele Kommentare freuen. Und ja. Ansonsten. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Beim Finale des Team Battles. Morgen kommt das Finale vom Team Battle. Und ja. Das wird auf jeden Fall mega spannend. Mega spannend. Und. Äh. Ja. Ansonsten kommen. Nach dem Team Battle kommen ja wieder ganz gewöhnlich Videos. Also. Es ist kein anderes Projekt. Erstmal geplant. Und deswegen. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein liebe Leute. Und schlaft schön. Nein. Ich bin so behindert. Oh ne Witz. Ich bin so behindert. Okay. Leute. Endlich. Ciao.